So, wo ist denn die Mäben schon wieder hin? Oh Gott, das schießt nicht den Zivilisten. Move to me. Oh nein, warum? Ich hab ihn doch kommen sehen. Ich dachte, ich bin schneller mit der Granate. Wollen wir direkt nochmal reingehen? Nein, sicher nicht Bock. Ist ja bisher nur eine kurze Folge. Da geht noch was. Wir schauen mal... Ich versuch mal jetzt erstmal runter zu... Oder? Will ich jetzt mal runter gehen erst? Ich weiß es nicht. Are we ready? Will ich runter gehen? Aber ich fand das an sich... Es war schon gar nicht so schlecht. Oben erstmal zu clearen. Von unten nach oben zu arbeiten ist immer scheiße. Wir bleiben oben. Wir gehen oben rein. Wir können vielleicht mal einen kurzen Blick runter werfen, was da überhaupt so los ist. Nur um zu gucken, ob da vielleicht nur irgendwie nur eine Tür ist, die wir blockieren können, damit die da nicht hochkommen können oder so. Das könnten wir mal machen. Jungs, hat sich nichts geändert. Ihr wisst, wie der Plan ist. Ihr bleibt hier, Jungs. Wir gehen hier ganz kurz mal runter gucken. Holy shit, was ist das hier? Da ist irgendwer. Gott, das ist alles aus Glas, ey. Hier wer? Nee. Okay. Hier ist... Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist alles das Glas hier, ey. Wir haben hier eine Tür. Wir könnten die Tür dicht machen. Oh shit. Komm hier raus. Ja, von wegen. Du kannst mich nicht hören. Du kannst mich ziemlich gut hören. Oh nein. Move to me. Oh, die macht mich wahnsinnig. Ich krieg sie nicht richtig erwischt hier. Jetzt. Was hat die da? Ist das ein Tattoo oder eine Wunde? Nein, nein, nein. Will ich wieder reingehen, ma'am? Schön herkommen. Wir bringen sie in Sicherheit, ma'am. Wir können die Tür nicht verkeilen. Ernsthaft nicht. Team Red? Habt ihr keinen Keil dabei? Shit. Okay. Will ich hier um die Ecke schauen? Okay, wenn wir hier die Tür dicht machen... Da geht auch noch ein Weg runter, ne? Keine gute Idee. Kommt mal zurück, Jungs. Wir machen mal die Tür hier zu. Na doch, die können die Tür verkeilen. Ich wollte schon sagen. Warum können sie die andere Tür nicht verkeilen? Ist die offen? Oha, da geht eine Treppe runter. Shit, was ist hier los? Okay, den müssen wir... Den müssen wir da rausholen. Ähm... Mach die Tür dicht. Ich hol ihn da raus. Den kann ich ja wieder aufmachen. Shit. Shit. Halt Position. Halt hier. Halt. Halt deine Hand auf! Halt jetzt! Okay. Wir nehmen ihn schnell fest. Hey, ich dachte, du wärst mit mir bleiben! Ja, ja, machen wir auch. Puh. 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 Nehmen ihn schnell mit. Und dann nichts wie raus hier. Jungs. Kommt mit. Mach die Tür zu. Ah, ich hab den Dings unterbrochen. Close that door. Und dann machen wir die dicht. Los, 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 los. Puh. Wedge ready. Okay, und euch positionieren wir mal hier ein bisschen hinter der Statue in Deckung. Wedge ready. Fuck, fuck, fuck. Was schreit der? Oh, shit. Da oben ist dann was los. Ja, ja, wenn du sie mitmerkst. Keine Sorge. Äh, hier bei Kollege Schnürschuh lassen wir sie. Hier kann nichts passieren. Wir haben die ganzen Türen hier dicht gemacht. Okay, die haben da schon jemanden verhaftet. Äh, verhaftet wäre schön. Äh, erschossen. Gold Team. Move in. Clear the room. Affirmative. So, wir gehen da rein. Let's switch. Put your hands up. Got it open. No, no, no. Close that down. Close that down. Was hätte ich meinen eigenen Typen erschossen, weil der da durchgerannt ist? I got it. Hold position. Hold it. Ready when you are. Civilian betrayed. Shit. Shit. Ja, shit. Allerdings. Was ist da schon wieder los? Oh Gott, ey. Das war ja wieder mit ne richtig gute Flash. Wo ist da hin? Wer schießt denn hier, um Himmels Willen? Komm, 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 kommt, Jungs. Wir kümmern uns hier erstmal. Wer ist denn hier? Pre-entry-Team, proceed with mission. Swap with me, go! Got an opening here. Nothing. Kann ich laden? Ich bagge. Sicher. Der Kollege ist aber ganz schön weit auf. Der Kollege ist hier. All in. On your six. Moving clear. Los, Jungs. Sehr gut Gott, sehr gut darf ich nicht sagen, dann wechselt er immer zu dem Ding Okay Okay, vier Wir haben das, wir haben das, wir haben das Ich habe nichts hier Fall in Ich habe dich Auf meine 6 Ich bin mit dir Bleu Team Bleu Position Bleu da Bereit, wenn du bist Bleib auf mich Genau mit dir Eigentlich kann ja von draußen keiner mehr kommen, ne? Wenn wir mal hier gucken Die waren ja hier einmal durch Holy shit, Alter Okay, er ist einfach gestorben Okay, hier darf sich keiner drin sein Gut Sehr schön Sie sind in meinem Weg Sie haben aber euch wieder zugenommen, Officer Meine Güte Okay, das hier ist auch safe Let's go, weiter Ready, Jungs? Gucken wir mal hier kurz in den Garten Ob wir hier wieder was sehen Nicht viel sehen wir Da ist der Pool Da sehen wir auch nicht viel Okay, wir gehen hier runter Bisschen Angst, dass wir hier von rechts beschossen werden War da jemand? Sehr schön Move to me Mach keine Faxen, Kollege Move to me Ich hab's dir gesagt Ihr macht das klar, Jungs Wo gehst runter? Hat die auch schon wieder so ein Tattoo hier? Wir haben alle so komische Tattoos auf ihrer Brust Was ist mit den Mädels hier? Ja, ja, ja Wir machen uns keine Sorgen um deine Parents Okay Ma'am, ich muss die leider wieder fallen lassen Meine Mates brauchen noch eine Schütze Rein da, rein da, rein da, Jungs Hände runter, Hände hoch, Hände hoch Hände hoch, ihr Schweine Wo sind die Wichser? Die schießen irgendwo auf uns Aber ich weiß nicht, wo sie sind Bedeust Was ist denn hier? Bedeust Du wachst Ärst Herr Bedeust Bedeust Was F ciento Du Вы 뜨oren? Da sind wir. Oh, wer bist du denn? Move to me. Move to me. Alter, das wird hier eine Riesenschießerei. Move in, move in. Move in, move in. Proceed with caution. Gottes Willen, ey, was ist hier los? Swap. Moving in. Opening on the left. Ey, das ist das Leideste. Labyrinth hier. Down on the ground, now. I got nothing here. Evidence good to go. Puh. Good to go. On my move. Suspect Custance, move in. Toss a bang and clear. I got nothing here. Provide support. You got point. Mhm. Gott ey. Hands up. Put your hands up. Put your hands up. Hands up, now. Put your hands up. Talk to element. Copy that. Kommen wir kurz hier, äh, das hier checken. Get on the ground, now. Get down, now. Okay. I'll get it. Evidence secured. Puh, ich sag's euch. Hier geht's ganz schön rund. Police, alert. Police, hands up. Dynamic movement. Clear with fingers. You're in my way, sir. I'm out of my way, sir. So, die bereit, Jungs? Ja, die erklepp mich ein. Okay, alles klar. Dann bleib ich halt hier stehen. Ja, mach das schon. Hands on your head, do it now. Fuck, ich muss nachladen. Ich muss das wieder vergessen. Down on your knees, hands on your head, move. Get down, I want to see police, get your hands up. Searching under the chest. Search. Searching under the chest. The hell got it already. Hands up above your head. Pass mal hier festnehmen. In here, stay calm. We got a suspect here, we need medical attention. Go, 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 go. Oh, God, wir sind alle schon wieder verletzt, ey. Außer ich, tatsächlich. Get your fucking hands up. Let me see those hands. LHPD, don't hands up, do it now. Police, get down. Okay. Erstmal die Türen hier nach draußen zubauen. Holy shit, holy shit, holy shit. Search. Search the room for content. Okay. Hier draußen ist schon mal sicher. Wir müssen aber noch einmal rum. Den nehmen wir mit. So, warte mal, was ist hier noch um die Ecke? Okay, gar nichts. Jungs, wir sind ganz gut unterwegs, glaube ich. Ich habe zwar völlig den Überblick verloren, wo wir hier sind. In diesem Haus. Und was hier abgeht. Aber egal, wir machen erstmal die Tür zu. Wenn die lange Tür offen ist, wissen wir, dass da wer rausgekommen ist. Wir gehen jetzt hier einmal um das Haus rum. Dann schauen wir mal. Wir können hier ein bisschen anschauen. Ist doch wohl ganz cool hier, ne? Können wir in den Pool reingehen? Boah, können wir hier runter? Oh, nee, schade. Kleine Erfrischung gönnen. Oh Gott, ich hoffe, da steht keiner hinter. Aber ich glaube, da waren wir eben drinnen. Gottes, da oben könnten wir auch... Na gut, da oben waren wir schon, aber da könnten auch welche stehen normalerweise. Was ist hier los? Wo geht es runter? Wahrscheinlich in die Garage, was? Das Einzige, was gut ist, dass wir hier eigentlich mit keinen Sprengfallen rechnen müssten, weil die wohnen ja hier. Ja, die werden ja wohl keine Sprengfallen hier installieren. Search. Oh Gott, da um die Ecke, ey. Hier sind überall immer so Ecken. Das ist furchtbar. Okay, hier können wir nicht weiter. Waren wir hier schon? Put your hands up! Track door. Use the mirror. Check for targets. Waren wir hier schon? Okay, das ist nicht sein PC. Ich weiß es nicht, ob wir hier schon waren. Glaube nicht. Ich bin mir unschlüssig. Ich habe völlig die Orientierung verloren in diesem Haus. Ich habe die Orientierung verloren, ich sage es ganz ehrlich. Ja, okay, hier waren wir schon. Ah ja, hier war diese Bibliothekartige Geschichte. Search area. Search. Search. Was haben wir hier? Nimm sie mal fest. Okay. Wir hatten ein cooles Zimmer hier. Was sagst du, wie es ist? Der Feuer verschachtelt hier. Aber hier komme ich wieder raus, ne? Okay. Jut, 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 jut. Ja, diese Bilder. Wir müssen hier wieder runter, glaube ich. Ich glaube, hier oben haben wir jetzt alles, oder? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Oh Gott, hier gibt es. Und hier sind wir vorhin gekommen. Okay, never mind. Jetzt habe ich ja auch wieder den Überblick verloren, wo wir gerade sind. Wir gehen hier wieder runter. Haben wir hier oben alles geklirrt tatsächlich? Ja, ne? Doch. Haben wir eigentlich. Jungs, an die Seite. Können auch im Garten ganz runter gehen. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen rechts gucken. Was hier so abgeht. Was geht hier, kranker Schreck? Ah ja, okay. Alles klar. Der hat hier sogar sein eigenes kleines Kino. Mhm. Check Door. Pssch. Ja, 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 ja. Ruhig bitte, ma'am. Können wir das Ding mal ausstellen? Das Gestöne kann sich ja keiner geben hier auf Dauer. Ich habe nichts. Glück gehabt, dass das nicht geht. Move in. Move in und clear. Hands up. Hands up. Down on your knees. Okay. Get down. Hands up. Do it now. Wir gehen mal wieder zu. Was ist hier los? Hatte ich nicht gesagt. Down on your knees. Police, get down. Okay, ist clear. Ich habe mega FBS-Drops gerade. Gott, hier sind auch überall Fenster drin. Ey. Ich glaube aber soweit... ...über das Licht eingegangen. Haben wir hier alles, ne? Hier kommen wir, glaube ich, wieder raus. Ja, okay. Das heißt, wir gehen da hinten nochmal durch. Und schauen mal, ob wir hier irgendwo runterkommen. Ja, ne, nicht hier. Hier lang. Ah, jetzt sind wir hier. Ich verstehe. Hands up your head. Get down. I want to see head. Hands on your head. Now. Hands up. Drop to your knees. Get on the ground. Now. Hier wäre noch so eine kleine Absteckkammer gewesen. Ja, super. Dann hätten wir hier auch von vornherein... ...runter gehen können. Hier müsste ja alles safe sein. Bedeutet... ...wir müssen in die Garage, oder? Ja, 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 ja. Wir wissen's. Search area. Search. 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 Falls wir hier noch irgendwen vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Okay, wir gehen jetzt mal wieder raus. Was ist denn hier? Das ist echt so verwinkelt hier. Das sieht ganz gut aus bisher. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt eventuell schaffen beim zweiten Versuch. Aber ich will mich auch den Tag nicht schon wieder vor dem Abend loben, weil sonst kriege ich gleich wieder eine Kugel ab. Wir haben auch noch nicht den Kommschilter von dem Typen gefunden. Oh Gott. Also erstmal ein paar dunkle Ecken hier mit einbauen. Faktor. Das Schild lässt schon nichts Gutes hoffen. Ich habe den Schild. So, lassen wir uns mal kurz gucken. Das heißt, wir müssten jetzt die ganzen Stockwerke eigentlich geklärt haben. Eins, zwei, dann sind wir runter, dann sind wir dahin, ja. Und wir haben jetzt das hier. Entweder ist das ein Riesenraum, oder wir haben keine Übersicht, was da abgeht. Und ich glaube eher zweites. On my move. Wir können gar nicht wissen, was hier jetzt hinter abgeht. Okay. Faktor. Und, was siehst du? Faktor. Faktor. Faktor für Suspekte. Done. Watt ist bereit. Wie sieht es bei dir aus, Kollege? No traps visible. We're clear. Okay. On my move. Hör auf, bitte. Oh shit. Oh shit. Go, go, go. Okay. Was machen die denn hier? Äh. Empty over here. No contact. Kurze Frage. Hier sind, ähm, Fliegen und hier sind lauter Fässer im Boden vergraben. Ist das das, was ich denke? Check door. Check it with the wand. Got it. Meißen die hier, äh, Leichen rein? Entsorgen hier, entsorgen die hier Leute? Blue. Nothing. We're good. Stack up. Suspect. Off the move. Ready. Stack up. In the way, Chief. Cover the area. Okay, da ist jemand drinnen. Wir machen jetzt folgendes, ähm. Okay. Öffnen. Oh, ihr habt keine Blendgranate mehr. Shit. Okay, wir machen's anders. Oh, Gott, ey. Holy shit. Ich sag's euch. Hab' ich mich schon wieder des Todes erschreckt? Go, 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 Jungs. Ey, ich hatte schon wieder fast ein Herzinfarkt bekommen. Oh, shit. Was ist denn hier für ne Scheiß am Laufen? Was ist denn hier für ne Scheiß am Laufen? All in behind me. Ich bin mit dir. Holy shit. Kranke Scheiße. Okay, das ist die Tür, in der wir eben drin waren. Backdoor. Wandel. Ja. Ich hab' die Wandel. Ich hab' hier die Stellung. Schau'n gut, Sir. Kein Kontext. All in. Ich bin klar. Schlau. Geh' her. Ey, was für ein kranker Scheiß hier abgeht. Extrem kranker Scheiß. Ich find's echt krass, dass wir das auch so, äh, detailliert darstellen, die ganzen Themen hier in dem Spiel. Holy shit, Alter, was ist das denn hier? Holy fucking shit, das ist ja richtig krank. Holy shit, ey. Kranker Scheiß. Können wir das... Richtig kranker Scheiß, irgendwie krieg ich da Gänsehaut, wenn ich das hier sehe, dass es solche Sachen irgendwo wirklich gibt, ne? Willst du das mal irgendwie ausstellen? Ne. Okay, wir müssen noch durch die andere Tür. Oh, das krieg ich echt ganz laut. Krank. Krank. Hört mal nach, Kollege. Pick it. Wir gehen jetzt hier voll rein, nochmal, zum Abschluss. Wir haben's, glaub ich, gleich geschafft. Schön mit C2. Gasgranate, Blendgranate. Das volle Programm, will ich jetzt hier haben. Ja, ja, du brauchst doch nix sehen, Kollege. Okay, check door. Check door. Leicht übertrieben für nichts. Aber egal. Hat Spaß gemacht. Seine Augen brennen nochmal ein bisschen. So, wir haben immer noch nicht den Computer gefunden, glaub ich, ne? Wir wollen's gleich mal aufpicken, aber lass mich mal kurz, ähm, schauen. Wir brauchen noch Zivilisten und wir brauchen noch den Computer, ja. Den Typen haben wir auch schon, perfekt. Ähm, pick it. Hier vielleicht irgendwo noch ne gefangene Zivilisten zu retten, die irgendwo im Keller gefangen gehalten wird. Okay, dann, on my move, Jungs. Okay, hier sind wir da, hier oben irgendwo. Okay. Oh, hier ist scheinbar unser letzte Geisel, eventuell. So, dreh dich um. Vielleicht haben wir's geschafft, ey, ich glaub's nicht. So, dreh dich um, für unsere Sicherheit. Ich glaube, du hast den falschen Person hier. Elementor Top, Cavillian Captain, bereit für den Trailer. Okay. Okay. Ich bin reporten. Copy, Entry Team. Notifying Trailer. Ich hab dich. Noch nicht ganz. Wir brauchen irgendwo noch Zivilisten, glaub ich, ne? Ach, und wir brauchen den Computer noch. Okay, müssen wir noch mal so ein bisschen auf die Suche begeben. Hm, aber wo müssen wir noch hin? Oh. Wir haben da auch wen vergessen. Gut zu wissen. Search. Search. Du krankes Schwein. Was geht denn ab in deinem Keller, hm? Was ist mit dir? Am liebsten würde ich dir jetzt einfach den Schäde wegblasen. Du kranker Wichser. Verdient hättest du's. Hast du Glück, dass wir hier in einem Rechtsstaat leben. Und selbst Justiz verboten ist. Wir sind ja immer noch im Keller. Wo haben wir denn noch wen vergessen? War das der Computer? Nee, oder? Da kannst du in die Tür. Das müsste ja das Kilmerzimmer von der Tochter sein. Was schaut ihr hier so? Big Bad Wolf. Okay. 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 Wo haben wir denn hier noch wen vergessen? Search. Ah, hier war der Computer. Sehr schön. Müssen wir noch ein paar Zivilisten holen. Es stimmt nur noch eine. Die wahrscheinlich sonst irgendwo rumlungert. Ich hoffe, hier ist nicht noch irgendwo ein Bösewicht. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Wenn ich das jetzt hier so durchrenne und auf den letzten Metern noch von irgendwerm wieder eine Kugel kriege. Hände hoch. Hände hoch. Gut. Eventuell cutte ich das wieder, wenn ich jetzt hier noch ewig rumsuchen sollte. Hände hoch. Ich will die Hände sehen. Hände auf der Hände. Jetzt. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Jetzt. Hände hoch. Wo ist sie? Alter. Was ist mit ihr? Sie hat mir... Sie hat mir eine Shelly gegeben. Die Ehefrau von diesem Freak. Weißt du eigentlich, was dein Mann da treibt? Hm? Du weißt doch ganz genau, was der für einen kranken Scheiß macht. Ich will mal weggehen da, Jungs. Jetzt auf dem Grund. Geht! Versteck hier sich echt im Kleiderschrank. Und kippt mir auch noch eine Schelle. So, man. I'm not safe and let him hang. Great job. Nice. Complete. The Spider, Valley of the Dolls und was? Senior's Trail. Konnte ich nicht lesen. Irgendeine Errungenschaft können wir bekommen. Oh, bitte gib mir eine gute Wertung. Ich glaube, ich hab... Ach, nur B? Come on. Warum nur B? Hm. Keine Ahnung. Warum nur B? Wir haben eigentlich alle Objectives erfolgreich abgeschlossen. Hopp, okay, bitte. Immerhin geschafft. Kann ich mir das eigentlich im Nachhinein nochmal angucken? Die Bewertungen irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Uh, jetzt haben wir auch einiges freigeschaltet. Okay, und vier Officer sind wieder im Dienst. Sehr gut. Uh, und die Trainingsfacility ist eröffnet. Na, das schauen wir uns in der nächsten Folge aber ganz genau an. Ähm, ja. Unerwarteterweise haben wir es beim zweiten Versuch schon geschafft. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, aber nice. Auch wenn nicht mit bester Bewertung, aber immerhin geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like oder auch ein Kommentar da lasst. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall vergesst. Vergesst, vergesst, verpasst, meine ich natürlich. Wichtig auch, Glocke aktivieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.